Vom Pop-Sender Non-Stop-Pop-FM hin zum Hipster-Music-Sender Radio Mirror Park mit dem Host DJ George. Der erste Track ist Black Strobe mit Boogie in Zero Gravity. Danach Feathers mit Dark Matter. Track Dry ist Poolside mit Do You Believe. Und wir haben dann Crawl mit From Nowhere im Batson-Remix. Jay Paul mit Jasmin. Lucky Boy von DJ Madi im Outlines-Remix. Danach Yacht mit Psychic City. Danach der Track Shine a Light von The 90s im Flight Facilities-Remix. Und der Artist Twin Shadow mit Shooting Holes. Toru y Moi mit So Many Details. I don't wanna bother you when there is no reason to rush. Und Sometimes vom Artist Mime Horror. Und zu guter Letzt noch Yeah Sayer mit Don't Come Close. Ja, wie ihr sehen könnt, sind sechs weitere Songs noch nicht identifiziert. Aber das werdet ihr ja dann später sehen, wie gehabt. Übrigens, meine Meinung zu dem Sender. Das ist wahrscheinlich einer der Sender, den ich am wenigsten hören werde. Weiter geht's zum nächsten Sender, Radiosender Nummer 12. Von den Radio Mirror Park Hipstern geht's jetzt zum Sender This Space. Hier gibt's Funky Dudes und Afros. Unter anderem Rick James mit Give It To Me Baby. Danach Evelyn Champagne King. I'm In Love. Eddie Murphy. Party All The Time. Kennt ihr ja aus zig Komödien. Danach Clear mit Tonight. D-Train mit You're The One For Me. Und wir haben Zepp mit Heartbreaker. Kano mit Can't Hold Back. You're Loving. Danach One Way mit Cutie Pie. Danach Burnout Ride mit Hebbo-Glebo-Tribin. Tana Gardner mit Heartbeat in der Club-Version. B.T. Express mit Do It Aaron Neville mit Heraculous Morlina Shaw mit California Soul Und zu guter Let's Smokey Robinson mit Cruisin Und von den Funky Dudes geht's direkt zu Radiostation Nummer 13 und zwar World Wide FM Hier findet ihr Electronic, Chillwave, Ambient, World Music Ja der Typ der wusste nicht genau wie er es jetzt genau nennen soll, der Ripper aus dem GTA Forum Der erste Track ist Cashmere Cat mit Mirror Maru Danach The Hicks mit Cold Air Track 3 ist Ink mit The Place Mala Ghost Danach Swindle mit Forest Funk Tom Brown mit Thrown Down Donald Byrd mit You and the Music Candido mit Thousand Finger Man Wieder Toru Imua aus dem Hipster Sender bekannt mit Harm in Change Kyo Dai mit Braking Kyo Dai mit Braking Django Django mit Waveform Gaslam Killer mit Nissim Gaslam Killer mit Nissim Gaslam Killer mit Nissim Ein unbekannter Track von Guts, aber ich schätze mal, it is the living is easy Aber wie gesagt, ohne Gewehr Danach gibt's Yuna mit Live Your Life im Melo X Motherland God Mix Der vorletzte Track ist ein unbekannter Track von Richard Spaven und Josie James Dazu hab ich nichts gefunden leider Wenn ihr was wisst, hauts in die Comments Der nächste Track ist hier, was heißt der nächste, der letzte Track ist hier Hackman mit Forgotten Notes Ja, zwei andere Songs sind hier noch nicht identifiziert Und ich würd sagen, damit geht's auch zum vorletzten Sender der Radio Station Nummer 14 Wir sind bei Blue Arc FM angelangt, nem Reggae-Sender super geeignet, um mal einen durchzuziehen Im GTA 5 wurde ja das Kiffen bestätigt Der Haus ist hier übrigens Lee Scratch Perry Und der erste Track ist Dennis Brown mit Money in My Pocket Danach Half Pinned mit Crazy Girl Joy Gibbs and the Professionals mit Chapter 3 Lee Perry and the Fool Experience Lee Perry and the Fool Experience Disco Evil Und wieder Lee Perry Diesmal mit den Upsetters Mit Grumbling Dub Danach gibt's was anderes Danach gibt's was anderes Und zwar Cushions mit Gunshot the Fire Und wieder Lee Perry und die Upsetters mit I'm a Madman Danach Proto-Jay mit Kingston B-Wise Und wir haben Gregory Isaacs mit Night Nurse De A Yellow Man mit Nobody Move Nobody Get Hurt De A Yellow Man mit Nobody Move Nobody Get Hurt De U¬ Dem Admas De U they my dress up in Åh White Colors Cronix mit Odd Ross Und wenn die ould Jamaica Bleach dem Face Me na fallon nobody Tommy Lee mit Psycho Junior Delgado mit Sons of Sleys Therefore let's the track is here Vibes, Cartel und Pop-Kan oder Pop-Kane mit We Never Fear Them Never, Never Fear Them Und wir sind auch schon bei der letzten Radio Station angekommen, Radiostation Nummer 15. Von den gechillten Blue Arc FM Rasters geht's jetzt zur Radiostation East Los FM auf der 106,2 und das ist hier die Latin Music Station, also mit lateinamerikanischer Musik. Der Main DJ ist hier Don Cito und der zweite DJ ist hier Camilo Lara. Der erste Track ist hier Los Buitres de Culiacán, Sinaloa mit El Cocaino. Track 2 ist Mexican Institute of Sound mit Estoy. Track 3 konnte er hier wieder nicht identifizieren, unser cooler Ripper, also das heißt für uns wir springen zu Track 4 mit La Vida Buem, Buem? Mit Radio Capital oder Radio Capital. Danach Track 5 Fandango mit Autos, Moda y Rock and Roll. Track 6 Don Cito mit El Tatuado. Track 7 Sonora Dynamita mit Semi Perdiola Candita. Ne, Cadennita. Cadennita. Track 8 Schieze Tease von Fibre de Jacques. Track 9 Maldita Vecindad mit Pachuco. Track 10 Hegizeros Band mit El Sonidito. Und Track 11 Milkman von Fresco. Track 12 Jessy Bulbo mit Maldito. Track 13 La Liga Feet Alica mit Jotango El Don. Track 11 hier Los Tigres del Norte mit La Granja. Und der letzte Track ist hier Los Angeles Negros mit El Rey-io. Und das war es auch schon mit meiner Tour durch. Bis jetzt alle bekannten Radiosender und Songs von GTA 5. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen und war informativ. Und zum Schluss gehe ich jetzt nochmal auf die am Anfang von mir angesprochenen Audio-Leaks ein. Es wurden ja neben den Songs auch eine Menge Cutscenes geleakt. Also die User konnten natürlich neben den Radio-Station-Songs auch einige Cutscenen-Files rippen, also Audio-Files aus den Cutscenes. Und da könnt ihr unter anderem Trevor hören und auch ein paar andere Charaktere aus dem GTA 5-Universum, wie die da miteinander labern. Also zum Beispiel gebe ich euch mal den Link zu Soundcloud. Da könnt ihr drei Audio-Leaks finden aus drei Cutscenen vom Spiel. Aber Vorsicht, lest euch nicht die Comments durch. Schaut es euch am besten gar nicht an. Weiß nicht, hört es euch vielleicht am besten auch gar nicht an. Es sind eine Menge Spoiler drin enthalten. Also falls ihr jetzt Bock drauf habt auf die Synchronstimme von Trevor und den anderen, die da zu hören sind. Es ist richtig, richtig geil. Aber es kommen einige Charaktere aus, soll ich sagen, es kommen einige Charaktere aus anderen GTA-Teilen vor. Aus den GTA 4 Addons. Weiter will ich jetzt nichts verraten. Also falls ihr euch das jetzt anhören wollt, der Link ist in der Beschreibung zu den Cutscenen-Audio-Files. Ja, haut rein, Leute, würde ich sagen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Video.